Jo Leute was geht, willkommen zurück zu Lies of Pi, nicht Pi, haben sich ein paar in den Kommentaren drüber lustig gemacht, da ich über Pi sage und ganz ehrlich, ich bleibe bei Pi sage ich, Lies of Pi. Ihr habt am Titel schon gesehen, ihr werdet gleich beide Enden sehen von Lies of Pi, die ich heute im Stream durchgespielt habe, deswegen Spoilerwarnung, wenn ihr es nicht sehen wollt, jetzt abschalten. Außerdem zeige ich euch ganz kurz, wie ihr bei der Playstation beide Enden hintereinander holen könnt, das könnt ihr nämlich machen, indem ihr den Spielstand hochladet, bevor ihr ein Ende auswählt und dann wieder, nachdem ihr das eine Ende ausgewählt habt, um die Trophäe zu bekommen, den Spielstand runterladet und dann das andere Ende euch anschaut bzw. holt. Deswegen ab jetzt Spoilerwarnung Leute, ab jetzt rede ich Real Talk über das Endgame. Ich habe heute im Stream, ich werde die ganze Zeit, nein ich mache das am Ende, am Ende kriegt ihr schön ohne Gequatscherei die Enden. Ich habe heute im Stream zuerst das Ende gemacht, wo man Geppetto das Herz gibt und da müsst ihr nicht nochmal gegen einen Endboss kämpfen und wenn ihr das ablehnt, dann müsst ihr gegen einen richtig krassen Endboss kämpfen, gegen so eine Puppe. Heute habe ich Real Talk 3 Stunden für gebraucht, bis ich den endlich geschafft habe und das würde ich euch auch vorschlagen, das in der Reihenfolge zu machen, weil ihr am besten den Spielstand hochladet, nachdem ihr Simon besiegt habt. Nachdem ihr Simon besiegt habt, den Spielstand hochladen, dann geht ihr zu Geppetto, macht beide Enden und dann ist es gut. Also auf jeden Fall nach Simon den Spielstand hochladen. Wie ihr das macht ist, indem ihr zu eurer Playstation ins Homemenü geht, dann auf Einstellungen, dann auf System, falsch, dann auf gespeicherte Daten und Spiele App Einstellungen, dann auf gespeicherte Daten synchronisieren. Und dann ist ganz wichtig, gespeicherte Daten automatisch synchronisieren, ausstellen, deaktivieren, weil dann synchronisiert er nicht automatisch. Dann könnt ihr mit Options auf das Spiel gehen und gespeicherte Daten hochladen und auch runterladen. Das habe ich jetzt gerade gemacht vor zwei Minuten, habe meine Daten hochgeladen bzw. hochgeladen. Ihr seht Cloud Speicher vor drei Minuten und wir haben jetzt 17.58 Uhr, also vor drei Minuten habe ich hochgeladen. Das macht ihr, nachdem ihr Simon besiegt habt, dann nehmt ihr eins der beiden Enden, dann ladet ihr euch den Spielstand wieder runter, nachdem ihr Simon besiegt hattet und guckt euch das andere Ende an. Ich hoffe, das war verständlich. Das gleiche habe ich auch damals schon bei Elden Ring bei der Platin gemacht. Da gab es ja drei Trophäen-relevante Enden und deswegen jetzt auch mal für euch aus dem Stream die beiden Enden von Life of Pi. Viel Spaß damit. Ich würde mich sehr über ein Like auf dem Video freuen, sehr über ein Follow auf den Kanal, wenn ihr nichts verpassen wollt. Da wird es bestimmt noch einiges zu Life of Pi geben, wie zum Beispiel was zu den kryptischen Gefäßen oder den Schallplatten und Fundorte und beste Waffen und so. Aber dazu später mehr. Lasst gerne ein Follow da und jetzt viel Spaß mit den Enden. Hast du gewonnen? Ja. Ich habe so lange dreamt über diesen Tag, den Moment, in der du zurückgekommen bist. Du kannst wieder human sein, indem du diesen großen Supply von Ergo und den Arm von Gott benutzt. Ich brauche nur das letzte Ingedient. Der, der, der hält deine Ergäste und deine Ergäste in deinem Leben. Und dein Herz. Wenn du mir dein Herz geben würdest, dann werden alle diese Befehlungen und Befehlungen geschehen. Du bist ein wunderschön und guter Junge. Für deine Reaktion, ich werde dich in ein wirklicher Junge geben. Gib mir dein Herz, Sonne. Na klar! Ja. Du bist ein guter Junge, bis zum Schluss. Ich glaube dir. Du bist die größte Befehlungen, die ich immer gemacht habe. Wir können jetzt glücklich sein, dank dir. Danke. Du bist ein guter Junge. Du bist ein guter Junge. Du bistMove ist das gesch Real boy, they all lived happily ever after. This finally feels like a family. Thank you for returning, Carlo. Is this truly the future you wanted? Oh, ich lieb's, ey. Ich lieb's. Ich weiß nicht, ob ich abwarten. Wir gucken jetzt nochmal eben und dann lade ich runter und mach mal die andere Choice. Hallo, Kitty. Ich weiß nicht, dass wir einen neuen Bruder haben. Ein Neuer Typ der Menschheit, so zu sagen. Es gibt viele Formen der Leben. Es ist intrigierend. Und wertvolle Aufmerksamkeit. Notiert. Ähm. Wir müssen ihn zurückbekommen. Ich spiele auf das. Ich bekomme auf das. Ich erwarte noch einen Report in der nächsten Meeting. Paracelsus zurück. Ah. Und wenn ich zurückbekommen. Ich will sie finden. Ich bin sicher. Eine andere von uns. Dorothy. Ich hoffe so sehr, da kommt eine Fortsetzung von dem Game. Das ist zu gut, um das als Standalone zu lassen. Hör auf. Die machen dazu auch noch ein. Das wäre so crazy. Ripp an alle, die Platin wollten. Ripp an alle, die sich Platinen holen wollten und denken, das wäre eine einfache. Brutal hat Platin und meinte zu mir, die Platin war einfach. Du kannst ein realer Mensch werden. Komm zu mir, mein Sohn. Das sagen, das war ein guter Mensch. Sowohl dich dein, in einer der Funktion Director, Du bist irgendwann. Wo будем sie auf. Was sagst du nicht? So ist es,!」 Was sagst du dir. �. Ich w будете, wenn du auf, oder? Du gehst auf. W machst du einen Ich. Du bist. Du bist. Du bist in. Nein. Du bist. Okay, your freedom is not for you. Okay, your freedom is not for you. Just a puppet, nothing. Okay. Okay, your freedom is not for you. 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 Okay, your freedom is 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 for you.